Okay, ich habe zumindest zwei Zuschauer. Wow. Ah, okay, jetzt bin ich wieder live. Ah, was soll... Mann. Kann ich nicht hier einmal net streamen, ohne dass wieder irgendwas mit dem Internet ist? Kann ich auch gleich... Hi. Kann ich auch gleich zurück an den PC gehen? Ist das... Ach, Mann. So. Wo waren wir stehen geblieben? Die wollten hier Floß bauen. Und Rico wollte sich Gedanken darum machen, was passiert, wenn sie nicht zu weit mit dem Floß kommen. Wenn es dann so weit ist. Also Rico möchte erst mal auf das Floß. Dann möchten sie irgendwo hinfahren. Und wenn sie dann nicht weiterkommen, möchte er sich dann überlegen, was sie machen. Klingt nach einem ausgeklügelten Plan. Wenn es dann noch andere Worlds gibt, warum haben wir hier auf das? Und ich glaube, es gibt andere Worlds. Dann haben wir uns nur ein kleines Stück von etwas viel größer. Also, wir könnten uns einfach so schnell enden auf irgendwoher, richtig? Ich weiß nicht. Genau. Das ist das Grund, warum wir da rauskommen, um zu finden. Ich weiß nicht, dass ich hier einfach nicht verändern kann. Es ist die gleiche Geschichte. Also, gehen wir. Du hast mir viel gedacht, nicht wahr? Schön zu sehen. Wenn du hier nicht gekommen bist, wahrscheinlich hätte ich nie gedacht. Kari, danke. Du bist willkommen. Zora! Du wolltest einen, nicht wahr? Wenn zwei Leute einen sharen, werden ihre Besten entgegen. Sie bleiben ein Teil der sichere Leben, egal was. Komm schon, ich weiß, du willst es probieren. Was sagst du? Nein, das ist jetzt eure Papufrucht. Rikos und Zoras. Ich mag Donald. Donald hat mich sehr viel gerettet, tatsächlich. Ich weiß nicht, was alle haben, dass er kein guter Highlight ist. Ich weiß nicht, was ich auch Donald gemacht hätte. Ja. 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 Ja, ich finde das nicht mehr da. Ja. Sieht sehr bequem aus in der Rüstung. Mit zwei Ausrufezeichen. Daher wissen wir, dass es wirklich sehr, sehr ernst ist. Gut gemacht, Arnold. Muss ich noch mal mit denen sprechen? Nein, muss ich nicht, oder? Ach, da! War das vorher schon da? Hab ich das noch nicht gesehen? Geh ich da schon rein? Komm ich hier weiter? Oh, wow! Hat Kyrie das alles über Nacht gemacht? Ich glaube, ich muss mich hier gar nicht umgucken, oder? Was ist das? Was ist das? Ein Pilz. Okay, ich hab doch schon was gefunden. Jetzt möchte ich mich doch umgucken. Äh, nicht, dass ich da irgendwie wasserfalle und ertrinke. Ich geh zu Kyrie. Fast fertig. Müssen wir noch... Ach so. Ja, ich hab schon Pilze. Hast du Rico gesehen? Nope. Da. Der chillt wieder irgendwo. Da. Hey, dude. Oh, unser Fluss braucht einen Namen. Wie wär's mit Hywin? Find ich gut. Finde ich gut. Besser. Best Boy. Was? Der Kalibur? Ich dachte, wir werden ins Hywin. Ich hab grad nicht zugehört, was er danach noch gesagt hat. Oh. Nee, das ist alphabetisch sortiert. Warum suche ich da so lange rum? Wie wär's mit dem üblichen? Ja? Hallo? Was? Ach so, jetzt. Da ist ne Kiste. Aber ich dachte, wir werden ins Hywin. Wenn ich gewinne, äh, ich bin Captain. Und wenn du gewinnen... Ich bekomme die Paopu mit Kyrie. Huh? Entschuldigung? Der Winner bekomme die Paopu mit Kyrie. Entschuldige mal, Kyrie ist kein... Gewinn. Okay. On my count. Ich glaub, Kyrie hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Er ist viel größer, seine Beine sind viel länger. Ja, nett. Ich komm denn nicht hoch. Ich glaub, Kyrie ist schon am Ziel, oder? Oh wow, da hinten ist er schon. Ich... Hä? Ich wollte mich da eigentlich rüber... ...beschwingen. Aber es ging nicht. Ich stürze bestimmt gleich nochmal ab hier. Wo muss ich denn überhaupt lang? Ist hier nicht das Ziel? Wo ist Riko hin? Oh, ich komm ja auch nicht rein. Riko ist schon zu Kyrie zurückgegangen, um die Paopu-Fucht zu teilen. Ich dachte, hier wär das Ziel. Ich bin verwirrt. Hilfe! Du kommst da doch wohl hoch. Ich war doch schon oben. Ah, er ist hier zurückgegangen. Oh Gott. Okay. Was? Was? Hast du ein Checkpoint? Jetzt wirklich schon wieder zurück? Hä? Was? Hätte ich bei dem Stern irgendwas machen müssen? Hilfe! Komm nicht an die Leine. Oh, das muss einem doch auch mal einer sagen. Rico, ich glaube, du darfst jetzt mindestens fünf Papusfrüchte mit Kairi teilen. Vielleicht hat er mir das auch gesagt und ich habe einfach zu schnell weggedrückt und nicht gelesen. Hey! Hey! Ja, Rico versiege ich halt einfach nicht, ne? Ja, das habe ich ja auch vorgeschlagen. Warum haben wir das gemacht, Rico? Warum haben wir das gemacht? Wir waren uns doch einig. Was ist das? Achso, die Papusfrucht, das war doch nur ein Scherz. Weil das sein Gesicht sehen soll. Nein, 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 nein. Bist du sauber oder so? War doch nur ein Spaß. Ja, ja, ja. Nein, ich gewinne eh nicht gegen dich, Rico. Alles gut. Fall schon wieder drauf rein. Gehe ich jetzt zu Kairi zurück? Ich habe zwei Pilze, das reicht zum Essen, oder? Einen kriegt Rico und einen kriege ich. Und Kairi kann so sehen, was die ist. Ach, jetzt geht's doch. Ich wollte gerade sagen, ich darf nicht dran springen, weil er dann nicht die Leiter hochklettert. Ah, jetzt könnte ich mich ja erst so. Ich hätte einfach nur zuerst da sein müssen. Aber eigentlich wollte ich... Da komme ich aber nicht hin. Äh! Nope. Ja, springen ab. Ist okay. Ist okay. Okay, wir sammeln Essen. Wir suchen... ...ein Seagull-Egg. Wo finde ich das denn? Drei Pilze. Zwei Kokosnüsse. Drei Fische. Und Trinkwasser. Aber nicht vom Meer. Okay, Eier. Hier, wir können auch Seesterne essen. Ein Ei. Ich brauche noch einen Pilz. Fisch. Diese Ecke hier verwirrt mich. Ich bin so gut darin, Sachen zu sammeln, ja? Die Salze resettet, ich hab die doch schon kaputt gemacht. Ach so, das zählt als Trinkwasser. Aber das zählt aus dem Meer, zählt dann nicht. Okay. Wird schon Sinn ergeben. Eko, was hast du heute eigentlich gemacht? Nee, da kracht mich wieder nur, ob ich nochmal mit dem Wettretten machen will. Will ich nicht. Fisch, Pilz, Eiern. Das war's, oder? Ist hier jetzt irgendwas Neues drin? Gucken wir nochmal auf der Insel. Wir können auch die Pappenfrüchte mitnehmen, aber wahrscheinlich ist das zu bedeutungsschwanger. Die kann man nicht einfach so essen, die Pappenfrüchte. Ach, Kokosnüsse. Ich brauche noch Kokosnüsse. Wie viel brauchte ich? Warte mal, kann ich anders? Ach so, ich dachte, der wäre zu dünn, da kann ich nicht. Ach ne, das war... Braucht ich überhaupt Kokosnüsse? Ich glaub, ich brauchte Kokosnüsse, oder? Jena, das ist fünf Minuten her, dass sie mir das gesagt hat. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Zwei Kokosnüsse, danke. Ja, das war aber ein Ei. Aber ich glaub, das war das einzige Ei, was ich brauchte, oder? Kokosnüsse wachsen nicht an Feiern, offensichtlich. Okay. Was machen die mit einem Ei? Kokosnüsse, Kokosnüsse, Kokosnüsse... Ja, ich falle eigentlich nicht die Leiter runter, aber ist okay. Sind auf der Insel dahinten Kokosnüsse? Ein ganz kleines Omelette. Aber es war schon ein bisschen größer, das Ei. Aber es reicht nicht für drei Leute, glaub ich. Vor allem Miku ist groß, der braucht viel zu essen. Da sind doch bestimmt Kokosnüsse auf der Insel. Ich seh nur Papo-Früchte. Warte, ich kletter hier nochmal hoch. Ich kann... Wow, ich kann die Kamera nicht drehen, wenn ich hier oben bin. Aber ich glaub, da waren keine Kokosnüsse. Aber wir brauchen noch zwei Kokosnüsse, einen Pilz und drei Fische. Wo soll ich sie denn hernehmen? Ist hier was drin? Nein. Nein. Wiko, jetzt sammeln doch mal mit. Hier ist Meer, aber im Meer schwimmen keine Fische. Also nicht in diesem Meer. Ich bin schon wieder da, die Kiste. Ich möchte keinen hier hoch, aber... Oh! Ich und meine Zerstörungsfut, ja? So, und ich möchte jetzt, dass in dieser Höhle zwei Kokosnüsse, drei Fische und ein Pilz sind. Kann ich die überhaupt da hinschieben? Ja. Na, läuft gut. Kann ich die... Bringt mir das was? Nee. Du bist gut darin, Sachen zu schieben, Sora. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß nicht mal, ob das die Lösung ist. Jetzt, wo ich mir das zurecht überlege, erscheint mir das nicht so. Wenn ich die Kiste da hinten habe, ist es doch... Achso, ich kann sie auch hochheben. Ich hoffe, die geht nicht kaputt, wenn ich die jetzt absetze. Aber es hilft trotzdem nicht. Oh, doch! Es war nicht mal was zu essen drin. Die ganze Mühe für nichts. Ich finde die Sachen nicht. Ich bin zu doof. Kokosnüsse sollten an Palmen wachsen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Und Fische sollten im Meer schwimmen. Ich glaube, ganz eindeutig ein verpacktes Spiel. Ja. Hat nichts damit zu tun, dass ich zu doof bin, die Sachen zu finden. Hey, das war's doch, oder verpasse ich hier irgendwas? Es gibt doch nur die beiden Gebiete. Das sind Fische! Ich hab Fische gefunden! Fische, Fische! Da ist noch einer. Okay. Yes. Fische, ich hab sie eben nicht gesehen. So, da war ich jetzt schon drin. Aber, aber, ja. Habe ich jetzt noch irgendwelche Palmen übersehen? Achso, ich wollte eigentlich mit Salfi sprechen, ob die irgendwas für mich hat. Warum bin ich bei meinem ersten Mal, als ich das gespielt habe, mich eigentlich hier schon dran gescheitert? Wahrscheinlich habe ich's gegoogelt, wo die Sachen sind. Hey, Sora. Habe ich gehört über die legendäre Kraft der Pau-Pau-Fruite? Sie sagen, wenn du es mit jemandem, den du wirklich interessieren möchtest, dann binde es dich zusammen, für immer und immer, durch Eternität. Es ist so romantisch. Ich muss es manchmal versuchen. Was für ihm denn? So viel Auswahl hat sie ja nicht. War ich da oben schon mal? Da komme ich zurück, oder? Da komme ich wieder zur... Ne, da bin ich ja durchgekommen. Ich bin verwirrt. Achso, hier war nix. Nix zu essen, keine Pilze, keine Kokosnüsse. Das kann doch nicht angehen. Ich muss was sich übersehen. Hier war es ganz eindeutig. Und zwar übersehe ich einen Pilz und zwei Kokosnüsse. Kann ich damit noch irgendwas machen? Nein. Ich glaube nicht. Tidus. Wir werden heute ein bisschen exploren machen. Du weißt, in dem secreten Ort, in der Basis des Träns. Und es muss da sein, ja? Gleich Kokosnüsse? Und Pilze? Vielleicht hätte ich einfach doch mal vorher mit den Leuten sprechen sollen. Ah, hier war eigentlich die bis Ende von der... Doch. Hä? Ich dachte, das war bei dem anderen... Den... Da ist immerhin der Pilz. Gib mir... Jetzt die beiden Kokosnüsse. Das wäre super lustig. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon auftaucht. Ah ja, doch. Ich habe gekommen, um die Tür zu diesem Welt zu sehen. Huh? Das ist ein Welt. Das ist ein Welt. Das ist ein Welt. Das ist ein Welt. Oh, der ist ein Welt. Das ist ein Welt. Das ist ein Welt. Ja, auch 15 Jahre später. Gibt es überhaupt Kokosnüsse? Oder war es das jetzt? Nein. Wie ist er hierher gekommen? Ich überlege gerade, wer das alles gemalt hat. Okay, es ist alt. Ich habe Prinzekatzen. Das ist auf alle Fälle spannend. Hier immer noch eine Kokosnüsse. Das war ja sehr erfolgreich. Dann werde ich die Kokosnüsse mal wann anders suchen. Es ist sehr unbefriedigend, dass ich die Kokosnüsse nicht finde. Aber egal. Ich speichere jetzt und dann ist es für mich schon wieder Zeit. Ich wünschte, ich hätte mehr von dem Spiel jetzt erst mal zeigen können. Stunde drei. Gefühlt 45 Minuten haben wir nach Essen gesucht. Delete File. Nein. Ich speichere nochmal. Nur zur Sicherheit. Achso. Beki. Beginner. Ja. Da sieht man sich. Ich habe das erste Mal nicht auf Beginner gespielt. Und das war ein großer Fehler. Aber ich habe es dafür ganz schön weit geschafft. Mit sehr viel Mühe und Not. Und die Anstrengung ist so weit zu schaffen. Es wird ein Grund dafür, warum ich Riku so gehasst habe. Naja. Ganz ehrlich. Ich schaue es nach, bevor ich nächstes Mal anfange, wo die verdammten Kokosnüsse sind. Ach Mensch. Naja. Nächste Woche wieder Mittwoch, denke ich. Ich musste die Woche nur etwas anders umstrukturieren wegen dem Feiertag Samstag. Ein Feiertag am Wochenende bringt einfach meine gesamte Planung durcheinander. Deswegen nächste Woche wieder Mittwoch. Mit den Kokosnüssen. Falls die Kokosnüsse existieren. Dann danke ich fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Mit Kingdom Hearts und Kokosnüssen. Bis dann. Bye bye. Ciao.